Generei Kamura wurde besiegt! Ichibashi, der berühmte Schwertmeister, inszenierte einen Blutpunkt, um das Land zu beherrschen. Diese arme Straßenkötter. Oh, jetzt hab ich's übersprungen, ja gut. Generei Kamura, öffnet eure Augen. Zum Wunnen eures Herrn. Und damit herzlich willkommen zu Sekiro Shadow's Die Twice auf der PS4. Mal nach drei Wochen, wenn er das erste Video... Ja, wie hab ich das jetzt vor? Also ich denk mal, dass ich die Videos so ticker zwischen 20 und 25 Minuten halten werde. Aber dass ich auf jeden Fall auch ein paar Zeitrafe einbaue. Also da ich bestimmt so, keine Ahnung, 40 Minuten aufnehmen, 30, 40 Minuten so. Und das so ein bisschen runterschneide. Und das zieht man auch einfach zu wenig von dem Game erstmal. Aber erstmal gucken, wie das hier alles funktioniert. Also ich hab schon ein bisschen von dem Spiel gesehen, aber das war auch nicht wirklich viel. Nur glaube zwei Boss-Fights. Okay, so springen wir auf jeden Fall. Maschina-Talsperrer. Hier geht's nicht weiter. Alter, als ob der nicht hochkommt. Was mit dem? Hier sind wir wahrscheinlich wieder am Anfang, oder? Ja, wo ist denn hierher? Nee, kommt auch nicht hoch. Ja gut, dann müssen wir den einen Weg gehen. Naja. Aber kann er nicht tauchen? Ja, anscheinend nicht. Ja gut. Alter, da wäre ich doch fast runtergefahren. Bleib unentdeckt, indem du dich duckst und im Gebüsch versteckst. Blablabla. Wie mach ich das? Wird wahrscheinlich jetzt gezeigt. Das ist ja nicht. Äh. Alter, das ist unfair. Ich hab nicht mein Schwert. Ich bin auch wenigstens ne Waffe. Äh. ganz stark. Ich hab einfach 2x4 gedrückt und voll einfach runter. ganz klar. Und erneut. Komm, diesmal muss ich es aber schaffen. Ja. 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 Alter, ey, was soll ich denn dann tun? Da steht nicht mal, wie man irgendwie dann... Okay. Ich habe eine bessere Idee. Hey, jetzt gerade habe ich die ganze Zeit versucht irgendwie mich von hinten anzustechen und irgendwie die Atemtaten zu machen oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist nicht so gewollt, ich glaube, man soll einfach noch nicht vorbeischleichen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Oh, jetzt wäre ich fast schon mal da runtergefallen. Aber das ist doch langweilig, Mann. Egal. Dann hole ich mir, der ist irgendwo anders ein Schwert. Glaube ich mir, keins von denen. Ich hoffe, es geht, aber das ist noch sehr gut. Ich finde diese Zeit nicht so gut. Und ich habe mir, dass du hier nicht mit deinem Reissternstunden hast. Ich bin mir, dass du hier nicht mit deinem Reisstunden hast. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, was willst du mir denn jetzt noch geben? Bist du blöd? Ah ja. Ja, ja. Genau. Wo kannst du auch weniger reden? Dann habe ich ihn gefunden. Nerv nicht! Genobi will die Haltung seines Gegners durchbrechen. Ah ja. E1 Angriff. R1 bei durchbrochener Haltung. Totschlag. Oh, Junge. Ist ja direkt einer. Easy. Jung. Ein bisschen Stress, wenn sie kämpfen oder was? Ah, ich bin gesprungen. Das seht nicht. Geil sie nicht hochschlagen, ne? Ach, das muss ich wieder von hier anfangen. Ja, wahrscheinlich, ne? Komm doch, Allah, komm! Geh dir einfach mal schneller, dann sehe ich das gerade. Ja. Ja. Ach, wo sehen die mich immer? Oh, ne, der, der, der ist krasser, der Typ. Ah, es geht doch. Aber trotzdem irgendwie darum kommt. Oh, scheiße, Alter, was das denn für einer? L1, wenn der Angriff trifft. Ja, wissen wir, wissen wir. Ey, der Typ ist heftig. Alter. Der war aber echt, der ist echt knapp. Ah, ah ja. Ah, der lebt noch! Was? Der hat nur so getan, als ob. Was ein Bastard, Alter! Die Stop. Das war's für heute. Das war's für heute. Er hat auch eine Menge Leben. Das hat auch lange genug gedauert. Kann nur von der anderen Seite geöffnet werden? Ja, wahrscheinlich. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Die Schöße. Die Schöße. Die Schöße. Die Schöße. Die Schöße. Eine Shinobi Prothese. Ah ja. Blablabla. Du auch. Jetzt nerv nicht. Alter. Was ist das alles hier? Der ist doch verrückt der Typ. Was ist das? Ah ja. Ich glaube da kann ich momentan noch nicht wirklich viel was machen. L2. Ah ja. Wieso wusste ich da vorher noch nichts wohnen? Das hätte ich vorher nicht so lange gebraucht. Komm ein Kratzenkampf will ich aber noch haben. Bevor ich die Aufnahmen hier wieder beende. Wo kommt der soweit? Okay. Anscheinend nicht. Bestimmt von hier. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Gativ die F sahle. Vier drücken und halten Beute sammeln. Oh, das wäre so ein halbstarker. Kommt die Tür ab. Ich würde mich verarschen, als ob man durch die Tür nicht durchgehen kann. Oh, scheiße. Yo, als ob der schießt. Ey, sammeln doch einfach... Du sollst seine scheiß Moneten aufsammeln. Ah, verkackt, Alter. Ja, ist gut. Wieder auferstehen. So, da könnte ich auch mal was von nehmen. E-Mail von den Kügeltieren. Wie viel bringt mir das? Ich habe überhaupt egal... Oh, doch. So ein Regenerations-Ding. Oh ja, toll. Dann will ich mich verarschen, als ob ich jetzt hier... Was soll ich denn dagegen machen? Die kann ich ja nicht mal blocken. Das ist ja gar keine Chance, die Wölfe. So, aber dann würde ich erst mal sagen, mache ich hier erst mal Stopp und würde sagen, das war's mit dieser Folge. Den ultra krassen Fight hatte ich jetzt hier noch nicht. Ja, außer vielleicht der eine Fettsektor, aber das wäre ja auch noch nicht, glaube ich, so ein wirklicher Bus. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Sekiro Shadows Die Twice.